Die Panik ist auch schon hier und fleißig schwimmen mit den Tanten. Hat dich eingeladen. Okay, das kann man machen. Ich nehme es. Ich werde es nehmen. Steht der immer auf Party von Slingos? Ich glaube schon, ja. Steht der immer vor dem Namen. Ja, genau. Party von Slingos. Der Slingos, Digga. So, ich muss noch ein neues Donation Goal hier einrichten. 10.000 Euro. So, na gut. Let's go, Alter. Dieses Game ist echt schade, dass es wieder Richtung Ende geht. Ich habe ein paar Ziele gespielt, wenn es das macht. Okay. Oh, ist das Ding noch hier? wieso das überhaupt generiert wird ein Schachtbrett das letzte Mal hab ich nicht gesehen oh mein Gott stimmt Warum ist denn da ein B? Letztes Mal hat Darky hat 30 Subs, glaube ich, war das geschenkt. Das ist doch derlauben. Oh, warte mal. Oh, warte, haben wir das gemacht? Hier, komm, schau mal an das Ding. Das klare ich mit dir. Das klare ich. Oh, hä, lol. 119 und ich? Ja. Ja, weg. Hi, Jonas. Snack time. Oh, made in Germany. Oh, okay. So, rein. Nein, nicht so. Okay, einmal einen heißen Reifen. Hallo, Musik raus. Einmal einen heißen Reifen, würde ich sagen, hier. Das ist cool, Alter. Oh. Oh. Komm, hier. Ja, was ist das? Ich will das haben. Was? Moon, du Moon. Er ist wieder zurück. Moon, du Moon. Wir sind in 1962, oder was? Was ist das? Ah, das ist schon ein bisschen älter. Ab 12 Uhr, wahrscheinlich. Wahrscheinlich knew, die Teele haben. Es geht um die Teele haben. Es geht um die Teele. Es geht um die Lose. Es geht um die Teele. Irgendwann. Ich fahre nach rechts. Okay, ja. Wirklich? Schau da ein bisschen lang, Mei. Okay. Warte, nein. Das müsste man als Fullcam rausbringen, würde ich den ganzen Tag schauen. Ich heiße die bessere Lab. Was? Ja, gleich noch mal. Hallo, wer kann heute fahren? Ich bin jetzt seit langem wieder gestorben mit einem MC. Was passiert, Jona? Eigentlich ist es voll unfair. Ich habe viel die dummeren Kurven. Aua. Eine Lampe. Aua. Aua. Hä, aber schau mal hin. Es ist voll unfair, weil ich habe bei dieser Lampe die engere Kurve. Ah, nein, dafür hast du die, doch, dafür habe ich dann noch mal die. Naja, das ist von uns fair. muss ich mal anrufen. Ja, jetzt drücken wir zwei. Zwei? Achso. Ah lol, du siehst es ja über einen 3D, ja. Bipipip. Mal Gruppe. Warte mal, kann ich mir nicht den Schülgerstopp anmachen? Nein, dann kann man es immer so gut ausfahren. Das war ja gut bei der Dinger. Warte mal, das ist ja gar nicht. Warte mal. Wurde von Zombie-Piglens brutal zusammengeschlagen, nachdem ich einen von den Auswärtsinnen ange... 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 Stimmt. Ach, du hattest auf Laich gespielt oder auf Dingen? Im Nether bist du gestorben. Hast du dein Zeug wiederbekommen? Ich liebe dieses Game, Kai. Wirklich. So geil. Ja, war direkt am Haupt. Ach, stimmt ja. Achso, ja. Ich bin gestern auch gestorben, by the way. Äh, wir haben auf Schwer gespielt, ja. Warst du da online? Weiß ich gar nicht. Ne, da warst du nicht online, glaube ich. War nur da... Ich bin durch zwei Krüper, die sind explodiert, gestorben. Pandas auch miterwischt. Was dabei, Alter. Jetzt hat die UCD dem Nether den Krieg erklärt. Okay. Dem Nether. Nicht mal den Piglet, sondern den Nether. Der kann ja gar nichts. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was gibt's denn hier so? Demo... Demo 1? Ne, ich bin... Final, final. Gibt's doch eigentlich die Filmserie, äh, Final Destination? Ne. Ne. Kann ich empfehlen, ist sehr gut. Die Grafik sieht so geil aus, wirklich. Ich liebe dieses Game, wirklich. Das ist so nice. Das ganze Detail und Ding. Oh, das ist so sick, Alter. Oh, okay. Oh, neklappern. Oh, neklappern. Musst du mehr, musst du mehrmals singen oder? Du kannst doch nicht einfach draufbleiben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du kannst einfach draufbleiben. Ich glaube, dann geht es einfacher. Ich muss jetzt testen, ob einmal reicht. Ich glaube schon. Das würde ich nicht wundern. LOL, die Wand! Ich krieg einfach das Ding durch. Das ist einfach keine... Das ist ein Softroll. Ne, warte mal da nicht. Ne, das sieht nur so aus. Jo! Das reicht. Chödi, zu Mutta. Chödi, uuuuhh! Kein Manni Manni! Kein Manni Manni. Ja, ich lade, dass wir in unseren Weitmet 우리 in der Welt. Du denkst, dass es noch funktioniert? Ich glaube, dass wir es können. Hi, Ich bin der Breger. Da ist doch die Karte, die Buster. Tot. Ja, tot sind fast. Ist so witzig, Funnel Destination. Hast du es angeschaut? Ich wünschte, dass mein Vater uns gesehen hätte. Er würde es lieben. Oder er hat ihn. Du hast immer gesagt, dass er sich bemerkt hat. Der Liebe seiner Leben. Zweite für die Mutter. Sie waren das süßere Freund. Ja, ich vermisse mich. Grandpa, kannst du mich hören? Ich versuche nicht, dass ich mich ruhe. Nicht komplett nicht alle Filme. Ich fand es echt eine coole Serie. Die ersten Filme vor allem, die im Schlusssitzenden das lächerlicher waren. Was ist das? Rolling Boulders. Rolling Stone. Mhm. Ach, jede Truebox hat eine kleine Tür. Noch eine Mausetür. Das heißt, man fährt, man sie ja wieder reparieren muss, ne? Müssen wir kurz die kleinen Menschen reinschicken. Was hast du denn für Fähigkeiten? Du hast einmal singen und diesen Sch-Sch-Sch-Schuss, gell? Ah, okay. Das ist okay. Oh. Das war auch nicht, hä? Ja, ich bin, glaube ich, seitlich gefallen. Ich darf nicht seitlich gefallen. Da oben. Ich bin seitlich gefallen. Hey, dieser Sprecher hat eine Antenne an ihm. Ich habe ihn mit deinem Mikrofon verbunden. Ich habe ihn mit deinem Mikrofon verbunden. Zeit, wenn ich jetzt rein... Oh? Oh. Wow, check out the size of that thing. Watch your ears, Cody. Alright! Let's fire this baby up. Let him rip me. Kommt nicht raus? Oh, ja. Das wird nicht lauter. Schade. Das wird nicht lauter. Schade. Pau, 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 pau! Good work, both of you! You've earned the Spigger! Ha! Great! Now you can let us out of here! Not yet! Keep on going! You're still missing the marks and lines! Woo-hoo! Oh, come and do it! Woo-hoo! Uh, Cody? You're too kind. That's right. Cody! You can use your marks! It's on the lasers! So, what do we do? I hope I'm going to get out of here. Haha, yeah. That's right. 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 The team is playing. Okay. Let's take the ball and put our hands on the other side. I'm going to go to the other side. Can I go to the other side? I'm going to go to my back. We can't see the shield here... Eh, B. That's red. B is red? B is red. Yeah, that's red. Yes, that's red. D, yeah, yeah. D, yeah. Nein, 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 du musst hier beim Läser vorbeiblen. Links rum, ok, genau. Genau, B. Gelb. Ich dachte, man muss da drauf stehen. Dann C. Drüben, glaube ich, ist das, oder? Warte, 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 äh, so. Ja. Ich will gucken, ob der von der anderen Seite kommt. Ja, ganz toll. Ah, jetzt zurück. Oh, siehe, ich will raus. Letzte. Hm, B. Ah. Mal zurück, oder? Kurz B, genau. Ach, ja, du machst das schon, ist ein bisschen heiss, ne? Vielen Dank. Für die Blumen. Ich bleib hier mal stehen. Ein bisschen Musik für die Stimmung. Ja, sehr gut. Solo. Cool. Nein. Sieht so cool aus, wirklich. Vielen Dank. Jo, willkommen. Deswegen wurden jetzt neue Gelder angeschafft für die Forschung, ne, oder? Uh. 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 Wow, they're definitely real. Oh, oh, did you hear that? I'd like a composer now. Oh, magnificent piece of art, posed by a blob of clay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God! Oh, my God! Ich hab' hier, glaub ich, nicht hoch. Das kann ja gar nicht funktionieren, der Filter. Ja, hier geht's hoch, ja, bei dem... Wow! Wow! Ich kann es jetzt vorstellen. Ein junger Mann, Rebellion, die zuhören auf dem Bett. Oh, schuss! Ja, warum machen wir sowas? Oh, schuss! Wir müssen zusammenhalten, Kai. Hey, Hogan, du kannst mir eine Seite! Ich habe es! Du hast die Tür! Vertraue mich! Ich weiß, wie du dich aufhörst! Du, das ist ein Vorgrund! Du, das ist ein Vorgrund! Oh! Hä?! Juhl! Kein Wunder! Dann darf man nicht alle! Hat sich da als zerquetscht! Wunder! Oh! Ja, okay! Ich bin verbrannt wegen dem Geräusch. Ah! Oh, wow! Ah, ne Welle von oben! Ach man. Bonjour. bonjour bonjour kann auch sagen wir mal gehen ah ja tschüss wir haben es geschafft wir gehen was ist das? ist das ein Mikrofon? ich denke so ok es ist lange Entschuldigung das ist ein bisschen exzessiv das ist das ist das ist das ist das ist stärker ok da ist nichts das ist hallo Schlange ja achso das ist das ist das das ist das ist die die sind scharf die Ja. Stimmt eigentlich. So. Du musst singen, damit das aufgeht, oder? Ja. Oh, das ist unfair. Ah! Ah! Au! Da war Strom. Oh mein Gott, stehen bleiben. Oh mein Gott, stehen bleiben. Oh mein Gott, stehen bleiben, dann kommst du eigentlich nicht mehr daher. Ja, danke. Oh mein Gott, stehen bleiben. Oh mein Gott, stehen bleiben. Ich habe meine Sprecherung. Sie sind näher. Oh mein Gott, stehen bleiben. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich arbeite mit dem Mikrofon! Mikrofon? Das war ein wunderschön Schnee! Das hat fast uns verletzt. Während du dich noch wunderschönst, und du wirst... ... das Mikrofon! Congratulations! Jetzt, nur die Lichter sind los! Keep on going! Kai, bitte nicht singen, ja? Sonntagabend-Tag ist ja... Ich kann mich mal erinnern... Oh, hey! Ich spielte mit diesen ein bisschen, als ich jünger war! Ja? Dann zeigen wir deine Erfahrungen! Du auch! Du auch! Fun zu machen, zusammen zu machen! Alright! Ich denke ein Hits, yo! Mehr? Du musst schon ankommen! Was hast du gemacht? Nee, du musst noch ankommen! Du musst noch ankommen! Du musst noch ankommen! Siehst du doch hier? Es geht noch ein bisschen schön! Oh! Wir wollen mehr haben! Ja! Oh shit! Das ist gut! Das ist gut, Kai! Oh ja! Wir brauchen ein Hitsch, gleich! Vielleicht nicht ein Hitsch, aber es ist Musik! Wir brauchen ein Hitsch! Wir brauchen ein Hitsch! Ja! Ja! Wir brauchen ein Hitsch! Wir brauchen ein Hitsch! Die Hitsch! Ich glaube es ist meine Zeit, zu schreien. Es ist wirklich schmerz in hier. Viel Spaß, ne? Ich möchte Musiker werden, ja? Aber ich brauche das Spotlight nur. Ach, ich kriege Damage schon, ach so. Ach, schade. Jetzt auch ohne Licht gemacht, tatsächlich. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Ich habe dich geschlossen, Cody! Keep going! Äh, kann ich hier, bitte? Wo bist du hier? Ja, ich habe auch gar gesehen. Wo ist das? Na, musst du da hin? Ich glaube, da muss ich nicht hin, dann musst du mal du machen mit Licht. Du müsstest doch schnell sein. Hey! Hey! Ich kann es nicht sehen! Ich muss mir schnell sein, erstmal runterspringen. Okay, okay. Zwei Lichter? Sind du sicher, dass du das hast? Ich glaube, ich kann es funktionieren. Okay. Das eine ist für mich und das andere machst du dir das Ding um. Ja... Jaaa... Ich bin sicher, ich bin auch runtergegen. Wie überspringe ich ihn tot? Ja, ja. Nie, nie. hast du durch? das geht sogar brauchst nicht mal ja ok Speedrunner Cody hey mate schau das geht doch gut das geht doch das geht doch das geht doch es sieht doch gut aber was noch ich bin nicht auf diese stelle komm mal du bist lieblich du warst nur ein Ich liebe dieses Spiel. Ach, das ist der Scheiß. Boah, ne, das geht zu lange. Oh, das war mein sehr erstes. Und es wird nicht versuchen, uns zu töten. Nein, ich bin nicht gut an Chess. Es ist nicht wichtig, es ist nur für Spaß. Hey, Mei, komm hier! Oh, wir haben hier viele Bücher. Ich wünschte, ich hätte Zeit, etwas zu lesen. Kuchen? Aha, du brauchst so einen Kuchen. Wow! Ich habe vergessen, wir haben hier eine kleine Bibliothek. Was ist das für dich? Ancient Hour? Ancient Hour? Ja, hier, Ancient Hour. Weltbook. The Murder at Lake Mellow. Da sind die, sind die Entwickler-Deutsch. Ne. Einfach nur in Made in Germany halt. Aus dem Entwickler, ach so. Ah, cool. Warte, wenn ich jetzt hier runter springe, dann muss ich wieder neu laufen wahrscheinlich. Du willst wissen, ob der Entwickler-Deutsch Ja, ich schaue sie auf einmal. Sie sind die Bestenung. Das ist die Idee. Ich bin nicht sicher. Das ist mein Gericht. Ich bin nicht sicher. Das wäre alles. Äh! Puh, irgendwie nix dazu. Also ich habe es nervig in Erinnerung. Ich glaube, das fand ich nicht so gut. Mal gucken, wie es mit dem zweiten Raum fängt. Ich bin gespannt. Falls ich einfach quitte und plötzlich aus der Party raus bin, weißt du Bescheid. Okay. Okay. Schwedisch. Ich glaube, die sind Schweden. Oh, mehr Instrumente. Schön. Lass sie versuchen. Ja. Oh. All this stuff brings back some good memories. I bet. Hey, is that your old piano? Yeah. What is that family, eigentlich? A man of my refined tastes appreciates these bats. Meadowling! Ah! 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 Hm! Hm. At the point of time. Oh, my God. Oh, my God. Oh. 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 Spielen gehört oder so. Was sind die Geräusche? Was ist diese Maschine? Was sind die Geräusche? 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 Was ist 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 die Geräusche? ein tor ist fertig wenn wir spielen was ich habe eine volleball in heaven dash zu smash ich hoffe du bringst dein A-Gang das ist ein 2 okay ich wollte aber nicht Ich hab da echt einen Optik-Knick teilweise. Digga, ich check das von der isometrischen Ansicht her nicht. Ja, dann scheiß. Nein, weil ich zwei bekommen hab. Digga, also das ist ja los. Nein, 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 nein. Ich hab zwei ge... Also egal, das ist wirklich unfair. Nein, das ist... Oh, sorry! Ich hab eine Katze hier auf dem Ort. Guck, da sind die nixen. Ja, wir sagen mal, gehen wir mal in die Door rein, ne? Mhm. Oh, das sieht lustig aus. Komm schon, gib mir etwas Gutes. Ja, klar. Zwei Spinnen. Okay? Frei los. Frei los. Die Orchestra. Ja, ja. Entschuldigung. Äh, Devils? Ja. Wir haben die Ohren packst da. Wir kommen davon, die Ohren packst. Wir werden die Ohren verletzieren. Okay, das wachs mal. Wir holen. Wir holen die Chäuigkeiten. lles Wchen. The lab man bleibt. Oh, D. Oh, D.,hsecond gut. Wir werden die Chäuigkeiten. Okay. Hey, Devils. ich glaube man geht ein homage an snatcher die haben beide keys theoretisch Oh, ich mach deinen, du Mann. Ja, schon Horrorfilm. Hast du gerade wieder eine Kette machen? Ja, so, oh shoot. Ah, das war irgendwie nervig, schwierig. Oh, gobbels, wo ist die Orchestra? Hahaha, du wirst sie nie finden. Oh, ja, wir werden. Hahaha. Sorry, Cloud. My bad. Nein, warte. Schau. Sie sind in der Schnecke. Du wirst sie nie bekommen. Sie sind in der Schnecke. Hahaha. Oh, ja? Ja, einfach so, warte, 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 warte. Oh, ja? Boche wir müssen sie bringen! Oh, gee, keep hittin' die Clouds! Sorry, Clouds, ... Die食べ und die Winterfarten sind die Erde. Oh, nein, harte. Oh, oh, oh. Oh, ich kann ein Level rauslassen. Hier brauchen wir noch eine Cloud. Aber wie kann man die schützen irgendwie? Ich kann die schützen. Du musst die zum Weinen bringen und die schützen. Ich kann die Schütze nicht weg. Ich kann die Schütze nicht weg. Oh, oh, oh. Das ist überhaupt nicht creepy dieses Orchester. Okay, das sind alle! Geh' zurück zum Stichwort! Ich habe nie mit einer Gruppe so groß wie das vorher. Aufstehen mit den Katzen. Nein, 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 nein. Es wird nicht gut sein. Es wird fantastisch. Jetzt geht's ab, Kai. Jetzt muss er singen. Schön, gut. Wir sind fast bereit. Die einzige Sache fehlt, ist die Zuschauer. Oh, nein, 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 nein. Nicht eine Zuschauer. Hih-hah! Willst du die Land-Therapie oder nicht? Hey, das ist Blackmail. Nein, Therapie. Jetzt geht's und eine Zuschauer. Du hast es, Buch. So, sind wir ein Team jetzt? Ja, wir sind. Oh, das sind unsere Familienfotos. Oh, das sind unsere Familienfotos. Sind das echte Fotos? Schau, wie sie liebt, mit ihrer Mutter zu sein. Wir holen sie. Wir holen sie. Nee, das wäre sogar verwaltigt worden. Hä, warum sind da zwei Kinder? Haben die noch einen Sohn? Hä? Ich liebe unsere Frohgruppe zusammen. Hä? 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 Ich brauche nicht ein Wärme für das! Oh, it's boring. So close. Oh, major setback. Oh, I remember this one, it was a hit. Mm, double time. Are those real songs? They're not an extra hit, right? Oh, sweet. This is my favorite track of all time. And we go out with a bang. Hey, is this what I think it is? What? I've cloned you. I've cloned in life. Oh, that's a good one. What's the fight here? Hey, hey, buddy, over here. What's up? Can you let us in? Sorry, kids. No minors. Kids? No, 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 no. We're just, uh, we're just small and size. That's all. Yeah, right. Get out of here, kiddos. Excuse me, we are adults. You have some ID? Oh, uh, no, we left it at home. That's what they all say. Yo, yo, glow stick. They're with me. Dr. Akeem, my brother. They're with you? Yeah, yeah, yeah. They're my client. Come on. Sorry about that. Welcome to the club. Enjoy the evening. No. VIP's coming through. Not so cocky anymore, are you? Yeah, huh? 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 Hey! Oh, hey, most are you coming. I think it's awesome. Whoa. This is surreal. Surreal, but fun. Hey, you know what? This place reminds me of something else. I know. I know. Akuta, ne. Ja, Lakitu. Ich werde nicht abkürzen. Wauw! 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 Oh. Welp, I guess I'm still speedy. Oh. Ist ja schade, ne? Hä? Hä? Du wirst gar nicht überrascht. Ich bin hier durchgeflogen. Ja, ich weiß, du wirst gar nicht überrascht. Digga, jetzt kommt's! Ja, aber jetzt... Ja, und jetzt? Jetzt kommt ein weiteres Spiel. Ja, tschüss. Hä? Nein. Mal runter. Wer ist bei uns jetzt hier? In Dialog, wer ist bei uns jetzt hier, wenn du runterspringst? Ich bin rasch noch runtergeschmackt. Achso, achso. Oh, oh. Komm noch mal zurück. Okay. Du kannst das von innen ja auch machen. Ja, jetzt tut. Ja, das werden wir doch nicht. Oh, auch zum Glück. Muss halt schon genug sein. Hm. Oh, wie geil. Wäre das jetzt nicht zu der Tür gewesen. Wäre nur von der einen Seite kein Problem. Ja. Gut, er könnte ja neu laden, aber ich dachte, ich will mal noch von anderen. Digga, also das... Aber du hast gar nicht überrascht gewirkt. Du so, tja. Als hättest du's vorgehabt. Hätt's auch vor. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab's der wierstenste Nachtclub, die ich Jungs verlebt habe. Ich hab's auf der Seite. Das ist ein Scheiß jetzt. Ja, äh. Ich bin ausgeflogen. So ist einfach. So ist einfach. Wait, wait, no, my symbol. Forget it, Cody. Whoa, it's rolling. Move it, move it. Ja, stop, Cody. Stop teasing me. You said you wanted to party. Yeah, but not with my life at stake. It's getting faster. Party harder, Cody. Move those legs. Oh, it's gonna jump. Oh, please. No, 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 no. Woo. Check this place out. Wow, this is cool. Ich liebe dieses Game, wirklich. Jetzt kann ich mir zählen. Das war doch in dem Game bin ich gerade los. Das ganze Anfang Game waren wir doch in so einer Hülle mit so... Das ist das Game mit dir, ja, gell. Ich bin glücklich, dass ich es nicht erinnert habe. Ja, das war das Spiel hier, ja. Schon, gell. Ganz am Anfang ist es gewesen, gell. Wenn man da im Garten ist oder so. Den Eischönenchen. Ja, genau, stimmt. Und dann ist das so ein mega Delfin oder was. Das ist das so ein mega Delfin oder was. Hm. Wie ist es da? Okay, man hat die Sorge-Gabd-Gabd. Habt ihr das große Rande, Mädchen? Ja, das ist spannend! Ja, das ist interessant! Ja, das ist toll. Ich bin ja. Hey, who didn't do anything? Okay, baby, groove it, woohoo! Come on, Glowstick, dance with me, what are you doing, where are you going, come on, Glowstick? Hey, Cody, May, play some music, make them dance! Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude, seriously, I think you're scaring them. No way, baby, I'm killing it! Can't you see my hip gyration? Oh, please stop. Oh, please, no. Woohoo! Oh my god, my moves are so good! Look at this right, left, right, left! But, to make the audience dance, you need to play the music! Get the audience on the floor! Let's DJ baby! Woohoo! Oh boy. Let's go! Let's, uh, figure out this DJ thing! I'm sure we can make them dance again! Aha! Oh! 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 You're doing well, May! The crowd is coming back! Yes! Let's keep that up! Yeah! Uh huh! Oh yeah! Ja! 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 Du magst es? Wow! Das ist wirklich toll! Vielleicht ist es unser neues Ding, Cody! Ladies und Damen und Herren! DJ Cody und MC May! Let's go! What? Du magst es? Ja! 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 The audience is all warmed up! For your concert! Come on! Let's go! Woah! No! Let's go! Woah! Where are we? Uh, I think we're inside the audio cable! Whatever at this point! Wait! What are we riding on? It's a... A hoverboard! No way! I've always wanted one of these things! Hey-hey! Woo-hoo-hoo! Woo-hoo-hoo! Ha-ha-ha! Woo-hoo! Ja! Woo-hoo! Woo! Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das war ein Monsig. Showtime. Kai, zeig was du kannst. Die kleinen Glühlehnchen sind schon knicklich. Das sind ganz aufgeholt. Hörst du das, Mae? Hörst du die Antizipation? Ich hab' nicht vor einigen Jahren gespielt. Mae, das wird gut. Nur, äh, denk' auf sie alle in ihrer Unterwärmung. Ja, das würde dich relaxieren. Lass uns die Stage präsentieren. Okay, Buck. Hey, Mae. Wir können das nicht tun. Wir können das nicht tun. Mae, es muss nicht perfekt sein, du weißt. Ja, es muss. Wenn es nicht perfekt ist, dann werde ich sie runter. Nein, nur sehen von deinem Herz. Du warst zu sein. 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 Ich hab' ja grad in der Cutscene unten einen Grafikfehler. Ich auch. Ich hab' den zuerst. Aber auch das Game, gell. Ich find' genau, ihre Kleidung auch. Das ist so gut gemacht, ne. Das Detail von den Haaren und Ding. Das ist so gut. So detailliert. Auch die Umgebung, die Kassetten, die Schrauben. Das ist so viel besser als bei anderen Games. Vor allem würden wir Ding zocken. Irgendwie so'n... Ja, um es auf The Vision oder so. Das wär's nicht. Ja, man hab' den Hörnchen. Ich hab' die Rolling Boll das wieder. Ich hab' den erfundene Bandschen. Ich denk' mal. O chat. Oh, der geht, man. Gleich holst du die Sniper raus. So cool gemacht, wirklich, ich liebe dieses Spiel. Das wird dann für Heikel-Mäntel ins Buch. Hi, Leute. So ein geiles Spiel, kannst du Kai mehr erzählen? Ja, verarscht, der macht gar nichts. Kannst du überhaupt das Piano spielen? Komm schon, Mei. Du kannst das tun. Du kannst das tun. Ich glaube in dir. Komm schon. Du kannst das tun. Du kannst das tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Mom, ich finde deine Lieblingssong. Du kannst es hören, wenn du besser fühlst. Ich liebe dich, Mom. Du kannst das machen, May. Ich weiß, dass du kannst. Ich liebe dich, Mom. 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 Das war's für heute. Ach, ach 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 Ah. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es ist ein Künstler, das ist ein Künstler. Ah! 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 Das war als Staubsauger. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ich heile. Schwulhaft. Konzentrieren. Konzentrieren. Oh. Ja. Oh. Oh. Oh je. Das sind so richtig trockene Lippen. Oh. 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 Oh World. Ich rufe etwas zu tun. Ich fühle die Tränen in den Augen. Ich fühle die Tränen in den Augen. Ich fühle die Tränen. Ich fühle die Tränen in den Augen. 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 Ich fühle die Tränen. Ich fühle die Tränen. Ich fühle die Tränen in den Augen. Ich fühle die Tränen in den Augen. Ich fühle die Tränen. Ich fühle die Tränen. Ich fühle die Tränen in den Augen. Ich fühle die Tränen in den Augen. Ich fühle die Tränen in den Augen. Ich fühle die Tränen. Ich fühle die Tränen in den Augen. Ich fühle die Tränen. Ich fühle die Tränen in den Augen. 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 Ja, ja, mal mein Filme. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und vor allem, dass man es eigentlich gefühlt immer zweimal durchspielen kann, weil man hat ein neues Gameplay. Ich habe jetzt ja geswitcht, zuerst war ich ja die Alte, er ist ja die Alte gewesen. Und da hat man halt ein bisschen anderes, vielleicht Level sind an sich gleich, aber du als Spieler hast dann natürlich andere Herausforderungen. Das ist wirklich insane. In. Insane. Jetzt MC. Nee, Jonas, wir machen jetzt, wir lassen noch hier die ganzen Leute, die hier Geld bekommen haben, dafür, dass wir das ja machen. Ich schaue mir das doch kurz an. Dann mache ich den Team kurz aus, nur kurz fünf Minuten oder so, und dann spielen wir ein anderes, drei Korb-Game. Ich starte aber zu viel neu, damit das nicht einfacher fürs A4-Tippe-Undern ist. Ah. Ich muss das neue Game-Site noch nicht gestartet, muss ich kurz, wenn ich ein Game neu starten muss, muss ich es immer kurz einrichten. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Production Babys. Mhm. Wo haben die den Produktschonsfilms gebrochen? Vielleicht für die Bilder. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Wir hatten sehr viele Tester. Ja, richtig so. Richtig so. Was ist QA? Äh, umschlanz ja, QV war Quality Verification und QA wird wahrscheinlich Quality Assistent, Quality... Quality Assured. Schuld. Der Jan Rosenzweig. Aber Daniel zieht, David, wo wir die Geschwister sind. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Was ist Herr, das ist ja, aber okay. Schwierig. Was ist Herr, das ist für eine Art des Kerstlerini, Was ein Kerst różne. Was der Kerstわig. Was ist für ein Kerst der Kerst vers. Beide in der Kerstin und Fügel. Was ist völlig ungemäßes Kerstin. Die Kerstin und Fügel. Vecho Rose Ja nochmal Rose Das Kind Das Kind ist Rose Ja ja Hakim Carlos Lobo Ja in dem einzigen Spiel sind mehr Leute beteiligt als bei Ubisoft jemals eingestellt worden Ich finde es gut, dass da teilweise Studios mit dran sind oder eine einzelne Person Da hieß einer Jörg Hengst hier Ja Magdalena Katanska Morgane A. Kong Benjamin Pistilli Gabriela Subotko Liam McCur Alexander Skriabine Der Floin Da ist der Marc Schwitz Das ist der Kater Abdul Oshodi John Rezeburg Die haben so viele Mitarbeiter, die muss ich nicht Die haben so viele Mitarbeiter, das geht nicht mehr zu Ende Dann abgeworfen Dieses Game ist insane Das kannst du keinem erzählen Äh, so kann ich nicht Ich kann die Chatters anschauen und die ersten werden mir angezeigt mit Minigames und die anderen nicht Also entweder zählt der doch alles oder gar nichts Ich kann die Chattern Trille-Version, glaube ich, oder? Ja, ja, aber dann könnte ich doch, dann könnte ich nur das Intro sozusagen Achso, in Trille kann ich das spielen wahrscheinlich auch die Chatterjik, ja So ein insanees Game, das kannst du keinem erzählen Hammer Hammer, wirklich, unglaublich Unbeliebabel ist das Unbeliebabel 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 Genau, Discord Ich nehme das als Ja Ja, geh mal Discord, oder? Würde ich auch sagen Dann, äh Dann sehen wir uns gleich Genau Die Leute im Stream, ich mach kurz, ähm Ins Café Ja, aber der Kai hat ja nichts mit dem Blüm zu tun Wir können doch ins Café gehen, Jonas Aber der Kai, glaube ich, gar nicht mal Wir können doch ins Café gehen, wir auch in Ja, okay, ich lasse nicht auf, nein Das ist doch so weit von der PCB Von der United Cacenthal, okay? Das ist das Wallplay von Nihola, da von so ein Uli Okay, was? Whatever floats your boat, ey? Was? Whatever floats your boat Warte mal, wir können ja noch um die Wachzeit kurz bleiben Dann können wir das schon noch machen Ähm Achso, nee Ich habe Captain Dogs Leute einladen Du heißt Was ist denn noch? Das ist Goldsock Achso, der ist jetzt aber standardmäßig Gast, Jonas, gell? Ne, wir gehen nicht ins Café, wir gehen auf die Parkbank Die ist doch für zwei Leute Nein, wir gehen auf die Parkbank, okay Bist du schon drin? Ja Ja, perfekt Dann haben wir es gleich Gleich So Leute, ich mache es mir kurz aus Wie Juno schon gemacht hat Ich bin gleich wieder da In maximal 15 Minuten Danke Bis gleich, Leute Bis gleich, Leute Ich bin gerade hier